Die Medien wachsen ins digitale Zeitalter hinein. Es ist wohl die größte Revolution seit der Findung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg. Täglich müssen sich Macher und Nutzer auf Neues einstellen. Snapchat, Second Screen oder YouNow, Netzwerke wie Facebook sind da schon ein alter Hut. Traditionelle Medien geraten in die Krise, der Journalismus wackelt. Die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat gezeigt, dass viele Menschen sich über Kirche informieren, über die Tageszeitung und über den Gemeindebrief. Gemeindebriefe wird es, glaube ich, auch in Zukunft noch geben. Die werden ehrenamtlich gemacht, werden in den Gemeinden verteilt, haben eine hohe Wertschätzung. Bei den Tageszeitungen ist es schwieriger. Hat sehr viel damit zu tun, dass immer weniger jüngere Menschen Zeitung lesen. Da geht vielleicht ein Stück unserer Kultur verloren und natürlich auch für uns als Kirche ein ganz wichtiges Informationsmedium. Kirchenpräsident Volker Jung hat auf der Synode in Frankfurt die Medien zu seinem Thema gemacht. Im Themenjahr Bild und Bibel spannt er einen Bogen vom Reformator Martin Luther bis heute. Viele unserer Pfarrerinnen und Pfarrer sind Menschen bekannt, auch weil sie in Medien, etwa in den Tageszeitungen präsent sind oder im Gemeindebrief. Medienarbeit ist aus unserer Welt gar nicht mehr wegzudenken, weil sie wirklich die Wahrnehmung von Menschen prägt. Wenn Kirche und auch die Pfarrerinnen und Pfarrer in den Medien nicht vorkommen, sind sie zum Teil wirklich ausgeblendet. Für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ist das Medienhaus in Frankfurt die zentrale Adresse rund um Publizistik und Medienarbeit. Hier entsteht die Evangelische Sonntagszeitung. Jede Woche aufs Neue berichtet die Zeitung Nachrichten und Hintergründe aus dem Umfeld der Kirche. Die Multimedia-Redaktion produziert Radiosendungen, TV-Beiträge und verantwortet das Portal ekhn.de. Und hier im Medienhaus entsteht auch die sogenannte Impulspost. Unsere Kirche, die EKHN, hat ja etwa 1,7 Millionen Mitglieder und da hat sich einfach die Frage gestellt, wie erreichen wir die denn alle? Und da ist diese Impulspost einfach ein wichtiges Medium. Wir schicken es ins Haus, den Leuten direkt nach Hause und das ist mir die Sache wert, ganz klar. Auch über die Kirche informieren sich immer mehr Menschen online. Seit Start der neuen Website ekhn.de hat sich die Zahl der Besuche verdoppelt. Mit Blick aufs Internet erinnert der Kirchenpräsident an die Verantwortung der Medien. Die Meinungsfreiheit seien hohes Gut, die Würde des Menschen dürfe trotzdem nicht verletzt werden. Es ist sicher außerordentlich wichtig, dass gerade im Online-Bereich eben auch qualitativ hochwertiger Journalismus seinen Platz hat, sodass Menschen wissen, an ganz bestimmten Stellen bekomme ich verlässliche, gute, kritische Informationen und bekomme auch einen Überblick. Die demokratische Gesellschaft braucht Qualitätsjournalismus. Der Kirchenpräsident richtet seinen Blick deshalb besonders auf die Ausbildung junger Menschen zu Journalisten. Hier sieht er auch die Kirche in der Pflicht, zum Beispiel bei Fortbildungen im Bereich der Medienkompetenz. Zugleich versuchen wir aber auch mit begrenzten Möglichkeiten in der Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten etwas zu tun im Medienhaus, was, glaube ich, eine sehr wichtige Arbeit ist, jungen Menschen überhaupt mal einen Zugang zu diesem Bereich des Journalismus zu geben. Das wird da ja wunderbar gemacht. Oder auch durch die Evangelische Journalistenschule in Berlin, wo wir mit dazu beitragen, dass junge Leute für diesen Bereich qualifiziert werden, die nicht nur das Handwerk lernen, sondern zugleich auch Auskunft geben und darüber nachdenken, was sie da tun.